Moin euch kurz von einem Video von mir hier ist der Game Boy Heute hat mir ein bisschen Happy Wheels Mal etwas anderes was ihr von mir kennt Weil ich weiß nicht woran das liegt Aber ich habe die ganze Zeit nachgeguckt In OBS, die ganze Zeit nachgeguckt In meinem Betriebssystem In meinem BIOS Alles ich habe einfach alles komplett nachgeschaut Über Mainboard, über PC, über alles drum und dran Und ich weiß nicht woran das liegt Aber immer wenn ich Rainbow aufnehme Oder Genshin Impact Oder Sei es Call of Duty oder GTA Für mich selber leckt es nicht Ich habe selber 80,90 FPS Oder noch mehr Aber sobald ich mir das Video anschauen Dann sehe ich Dass das Video hängt Und ich weiß nicht woran das liegt Falls jemand weiß woran das liegt Bitte sag mir Bescheid Also bitte schreibt es mir in die Kommentare Mal davon abgesehen Wir spielen mal die Playcount Die meistgespielten Spieler Dieser Woche Es fängt an Und ich hoffe ich kann es noch Äh so Ja Okay Ich kann es nicht mehr Reinstalling Ja jetzt geht es Okay Aber wie gesagt was Kommt mit anderes Ihr habt das eigentlich so von mir überhaupt gar nicht gesehen In dieses Happy Wheels Nein Bisschen tränen Jawohl jetzt Make a ball Ich bin noch ein Ball Oh 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 Jetzt Oh oh mein Kopf Mein Kopf Jetzt Okay es geht los Ich habe einen Ball gemacht Und trotzdem Okay ich hoffe aber trotzdem Dass ich ins CISO komme Jetzt ist noch mehr abgefallen Nee es hat nicht Ich muss noch greifen Alter Okay hab's geschafft Dann Ab zur nächsten Runde Die nächste Runde heißt Dünner Table Matrix Good luck Okay Verkackt Verkackt Ey Ja ihr geschafft Ich hab's geschafft Jawohl Okay If you saved yourself And the melon Oh die Melone Hab ich die überhaupt Gerätet Ich hab die Melone Gerätet Wirklich Egal Regt's an Mit der nächsten Runde Poco Fight Neon Mal gespannt Happy Wheels Kenn ich halt von früh Ich hab's halt früh immer gezockt Aber so selbert Hab ich ja schon lange Nicht mehr gezockt Und ich hab grad eine Achse In mein Arsch Stecken Und so kann ich nicht mehr Weiter machen Neue Schatten Tschüss Oh 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 Und schon wieder hab ich eine in mein Arsch Stecken In meine Eier Besser gesagt Meine heiligen Eier Okay Zwischen Pogo Fades und so Bin ich nicht mehr so gut Wie früher Ja gut Ja gut Sollte eigentlich nicht so sein Ja alter Als ob ich da jetzt nur meinen Kopf abbreche Alter Oh oh Ja Die mech wahrscheinlich Habe ich sehr lange kein Happy Wheels Mehr gespielt hab Oh fuck Schon wieder Ich musste irgendwie anders Vorbeikommen Ich musste zuerst diesen Jimmy Weg Jawohl Jawohl Und jetzt Jawohl Oh fuck die scheiß Katana Okay jetzt hab ich ein Problem Oh 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 Und ich steck die da in mein Arsch Oh Oh Okay so geht's noch So geht's noch Ja ist nur eine Hand Oh jetzt hab ich noch Und eine Leiche dran hängt Okay jetzt hab ich mir ein Problem Ja man geht doch einfach hoch Oh mein zweiter Hand ist weg Okay Fangen wir mit der nächsten Bedeutung an Pogo Fades kann ich nicht Health Donation Das ist ein Automatic Chizzle Okay Oh Ich hab ein Kobe gemacht Oh Damn it The fuck Ja ich hoffe das ist richtig geil Okay Fangen wir weiter an Mit Bottle Flip Ultimate Okay Gott ist da oben Gut medium Oh fang ich hab mein zweiter Flaschen am Arsch gemacht Okay ich bin ein Pro Am Arsch Okay Ich hab fünf Punkte grad gemacht Wieder runter Jetzt weiter Kill your boss Ich brauch was da jetzt kommen Mit C Oh Yo Alter Alter wie einfach alle zerfetzt sind Äh don't move Meine Hände leicht oben Und ich berühre Beziehungsweise bewegt mich kein bisschen Steht ja drauf Zum Beweis Wir nennen es hin oben Ich bin gespannt ob ich jetzt zu ziehen hier wirklich hinkomme Okay eigentlich wäre ich da jetzt nur wenn ich mich konzentrieren würde Also kontrollieren würde würde ich eigentlich jetzt schon kaputt gehen Ich hoffe ihr seht meine Hände noch aber meine Hände sind noch oben Oh 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 Pio Okay Und Ich bin gespannt ob ich das jetzt geschafft habe ich habe schon mal zerbrochen Und das nächste Ist auch schon mal zerbrochen Jetzt einmal von ganz hinten Ansprung nehmen Was So Ich werde direkt die danach kaputt gemacht Okay Und ich war selbstbehindert Timmy Geh nach hinten Ich darf nicht mit dem Kopf vor Wieso mache ich das jedes Mal Ich verstehe das einfach nicht Okay Dann wieder von hinten Ansprung nehmen Bats Das nächste Nur noch drei Jawohl Das nächste Was mit drei meint die Stücke Jawohl Ui jo Das ist ja komplett zerfetzt Ich glaube nur noch das und das andere Und dann bin ich fertig Nächstes Brauche ich wahrscheinlich noch mehr Nein 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 Okay Nur noch zwei Stücke Und danach Ey wie viele noch Okay Ich habe gerade was gesehen Und zwar nach den Wänden kommen Wie sagt man dazu Äh Glasflaschen Okay Ich habe Zum Glück Mein Genick Den Stich Nicht gebrochen Oh Digga Das dauert so lang Jawohl Kaputt gerissen Dann noch einmal Anschwung holen Schwarz Und zwar geht wahrscheinlich auch mit kleinen Ansprung kaputt Jawohl Jetzt kommen scheiß Gasflaschen Dürfte aber schnell gehen die Flaschen Ja das geht zum Glück schnell Und schon wieder hatte ich Glück Und geht durch Geht durch Geht durch Egal muss ich halt einfach nicht losfahren Und jetzt bin ich Schwarz Und Komm schon Jawohl Ja das habe ich schon gelesen Okay Äh Warp Swing Extreme Oh Hallo Ich habe da drauf gedrückt Hä Ey das ist so scheiße Jetzt Jetzt kommt's Ey das war doch easy Was sei Extreme Schauen wir mal bei den Losers vorbei Also die Nicht Losers Losers Sondern die für die Losers gemacht worden sind Okay Das ist right Ich denke dir Nein Das war's nicht Deck und frei Deswegen ist da ein bisschen was in der Luft Und das ist der einzigste was abwarten kann Ist so schwer man Nein Ich war fast Ich glaube ich war fast durch Okay Jetzt sieht's besser aus Jetzt sieht's besser aus Leute Leute Das sieht besser aus Jawohl Wir haben in zwei Sekunden geschafft Loser deco ball draw Golden shot Einheitsspalte von Ziegenmann Forts Und win Und win Nicht Scheiß Okay erstmal hole ich mir meine sieben Bälle Der win nicht Win nicht Win nicht Bloß sieben Bälle aber Forts Auch nicht Oh das war's Fuck Das wär's eigentlich Das wär's eigentlich Nein Ah tot nicht Okay Aber ich muss meine sieben Bälle auf jeden Fall nehmen Mit dem letzten Wurf Okay Okay Ich hab gedacht ich könnte es so in einen Ah das war nix Auch nix Und Fuck der Furz Komm schon Nein Das ist die zwei letzten Schüsse Der wär's Und Fast Egal Neu Plus sieben Das wär's auch gewesen Der scheiß Ball der ist behindert Nein Drück den wieder zurück Komm schon Ich muss doch nur einmal Eingeschalten Wurf nehmen Eingeschalten Komm Komm schon Ich hab gedacht ich hätte das nicht Mit dem ball Fuck Okay Mein letzter try Wenn ich dann ist die map für mich Nicht schaffbar Ey 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 Ich lass aber schon vorher los Mann Der wär's Der war's Der letzte Ball war's Losers Trollololololololol Hey Marvin ist jetzt zwar nicht Das beste Level aber es reicht um dich zu trollen Okay mal gespannt ob der mich auch trollen kann Scheiß da nicht Marvin Ist halt der eine von den Luthers Aber ja Oh du Oh du Huren Okay Das Jetzt wissen wir wenigstens was kommt Timmy ist gestorben aber juckt nicht Wie soll ich da vorbeikommen Muss ich einfach nur nach hinten fahren Was denkt ihr Ich fahr einfach mal kurz nach hinten Ok nein man muss nicht nach hinten das heißt man muss wirklich vorne vorne Timmy tot Jawohl wir haben's Ok Losers Harponen Run Nehmen wir Den Sagen wir mal Ne der Timmy ist der kleine Oh Oh Ich will eigentlich Timmy wegwerfen Ah da steh ich glaube ich sogar drauf wenn ich brauch Ok Change Caraccia Mal gespannt Ne ich brauch den doch nicht Ok jetzt kommt Timmy Jetzt kommt Timmy's Vater in Aktion Warte schauen Timmy Timmy's Vater komm Nenn wir dich Josef komm Jawohl das war nix alter Einfach nix Spike Fall Spike Fall Spike Fall von mir immer Digga was ist das Digga was ist das für ein Spike Fall Okay ich glaub da war schon rein Ich glaub da war schon reingeschissen Oh First try man First fucking try Äh Loser Impossible Alle liebe Losers ich hab mal wieder ein Level für euch gemacht Ich hoffe das gefällt das Ich hoffe das gefällt das Okay den brauchen wir aber Den brauchen wir nicht Von den ja Das war's wenn man komplett Das wiederum auch Geh weg von mir man Oh ich hätte es fast geschafft Aber die Map Hat nicht ohne die zweieinhalb Sterne Wir gucken mal Von irgendeinem anderen an Ob er das geschafft hat Nein Ah da nicht Okay Ähm Wir spielen noch einmal Die Spazierfahrt Nun Digga mal nen Ausflug weg vom PC Okay Das ist die letzte Map Und dann ja Deko komm du kommst vorne dran Du gehst nach vorne Deko hat's überlebt Deko wo bist du? Deko du bist dort Hey das hab ich jetzt einfach Kann ich auch einfach so machen man Kann ich auch einfach so machen Zack Und zack Zack Der fuck Ich hab die müsste auch irgendwann auch eingesammelt Naja Leute das war's mit diesem Video Ich hoffe ihr hat Spaß Lasst gerne ein Like Abo oder Kommentar da Gibt mir auf jeden Fall Feedback Weil ich machen könnte wegen den OBS Wie gesagt Mein OBS funktioniert einfach nicht Es funktioniert schon Und z.B. Das Video anschauen tue und Rändern tue auch Ist das Video einfach Ist das Video einfach Abgekannt hat Also so wie Also hättest du Jetzt ein Aufnahm bekommen Vor über 20 Jahren Das einfach Es flüssig läuft Und auf einmal So wie Als ob ich Teile weggeschnitten hätte Wisst ihr was ich meine Aber ich hab's nicht gemacht Also das hängt einfach nur Das lag So als normales internet lag wäre Naja ich hoffe trotzdem Das hat euch gefallen Wie gesagt Gebt mir gerne Tipps Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Bis dann Ciao